Es wird natürlich noch schwieriger als in Berlin. Kiel hat momentan extrem viel Selbstvertrauen. Die marschieren durch die Liga, auch durch die Champions League, führen da die Gruppe auch an. Wir erwarten einen Gegner, der mit viel Selbstvertrauen kommt. Wir sind vielleicht nicht mit diesem Selbstvertrauen ausgestattet. Aber wir spielen zu Hause, haben 13.000 Leute im Rücken und probieren, irgendwo diesen Turnaround zu kriegen. Eine Trendwende einzuleiten, da sind wir uns schuldig, dem Verein schuldig und auch den Fans schuldig. Wir werden am Donnerstag alles reinlegen, obwohl es vielleicht seit langen Jahren wieder das erste Mal ist, dass man nicht als richtig Favorit im Spiel geht, obwohl man ein Heimspiel hat. Weil die Vorzeichen nun mal so sind, dass es zwei Mannschaften sind mit zwei unterschiedlichen Leistungskurven momentan. Die spielen seit langen Jahren zusammen im Verein und auch in der Nationalmannschaft. Und das sieht man. Die sind eingespielt, haben mit Niklas Landin momentan wahrscheinlich den weltbesten Torhüter im Tor. Und das wird extrem schwierig im 6 gegen 6. Wir müssen schon probieren, dass wir viele zweite Welletore oder Gegenstoss-Tore auch bekommen. Und im 6 gegen 6 müssen wir uns schon ein paar Sachen einfallen lassen, um dieses Ballwerk zu knacken. Das ist ein riesen Vorteil, den wir haben und den müssen wir auch ummünzen. Aber wir müssen die Arbeit machen auf dem Platz, dass der Funke dann auch überspringt auf die Leute auf den Rängen. Weil die brauchen wir, wenn wir Kiel wirklich besiegen möchten, dann brauchen wir eine Top-Leistung auch auf dem Platz und neben dem Platz. Und da muss eine Symbiose entstehen zwischen Mannschaft und Fans, dass wir am Donnerstag erfolgreich sind. Ich finde, dass Kiel hat sehr gut diesen Herbst gespielt. In beiden Bundesligas und auch in der Champions League. Für uns ist es wichtig, dass wir das Beste gemacht haben in diesen letzten Spielen. Wir machen das in diesem Spiel jederzeit. Und das ist eine starke Abwehr mit der Parade von Apfeln und Palle. Und wir müssen in unseren Gegenstößen sehr schnell laufen. Kiel hat sehr gute Abwehr mit beiden 3-2-1 und 6-0 Abwehr. Und für mich machen wir gerne viele Tore im Gegenstoß. Dann finde ich, das ist eine große Möglichkeit für uns. Das ist ein Top-Spiel und unser Heimspiel in der SAP Arena. Das ist sehr wichtig. Wir haben diese ersten elf Spieltage acht Spiele auswärts gespielt. Und ich finde es sehr schön, dass wir mit unseren Zuschauern im SAP Arena die Möglichkeit für zwei Punkte zu kämpfen haben. Wir haben die drei letzten Spiele nur zwei Punkte und die Möglichkeit waren sechs. Und das ist ein schweres Auswärtsspiel. Aber wir haben auch die Möglichkeit für jedes Spiel zu gewinnen. Und wir müssen nur besser mit unserer Disziplin und wenn wir die Möglichkeit haben, mit unserem Wurf Tor zu machen. Und ja, wir müssen die Dinge, die wir gut machen machen, mehr oft. Und ja, ich sehe progress. Ich denke, dass das Team in den letzten Wochen hat einen guten Prozess. Aber natürlich, wir sind nicht glücklich mit Unsofrieden mit zwei Punkte aus den letzten sechs. So für uns ist es wirklich wichtig, dass wir eine gute Leistung auf Donnerstag haben. Und ja, gewinnen das Spiel. Das ist natürlich unser Hauptziel. Aber wir nehmen die gute Dinge, die wir in den letzten Wochen haben gemacht haben, und machen sie mehr oft auf Donnerstag. Und danach gibt es wirklich mobilityál vary. Aber nachdem aber nicht ausgestimmt hat. ícioka. HAR ön.